So liebe Freunde, wir sind jetzt hier auf dem Berliner Sommerfolgsfest. Am Kurt Schumacher Platz auf dem Volksfestplatz. Also ich zeige euch mal ein Geheimtipp, das ist meine Lieblingsbierbude. Man sieht es ja, hier kriegst du gutes Bier, nette Bedienung und einfach tolle Sachen. Also erstmal Prost. Wir gehen mal jetzt auf Gesamtaufnahme. Hier haben wir das. Da ist der Chef, der versteckt sich und das ist wirklich toll hier. Also mein Geheimtipp für alle Volksfesten, wo ihr die Jungs und Mädels seht, hingehen, dabei sein und schön Bierchen trinken oder lecker Würstchen essen oder sonst nichts. Ne? Okay. Oh Scheffel, mach mal den Daumen hoch für unsere Zuschauer. Es geht mir, alles verrammelt und verriegelt. Wir legen los. Los. Alles klar Leute, auf geht's, der letzte Aufruf. Auf geht, auf geht, auf geht, auf geht. It's number one. It's number one. It's number one.